Der Krieg tritt in das Leben des Mädchens. Wir sehen ihn in seinen Kinderaugen. If Britain was like Syria, wenn England Syrien wäre. So nennt sich diese Inszenierung eines Krieges, die die Kinderrechtsorganisation Save the Children jetzt produziert hat. Mich bewegt, was die Welt bewegt. Nicht nur gedanklich. Zwischen Amsterdam und Köln geografisch, medial zwischen Fernsehen, Radio, Internet, thematisch zwischen Politik und Kultur, vor allem Musik. Die größte Herausforderung? Künstlertreffen und ihnen kluge Fragen stellen. Ein authentisches Gespräch führen. Meine Basis? Köln Campus, das Hochschulradio. Freitag der 13. Ein triftiger Grund, alles abzusagen und einfach den ganzen Tag im Bett zu bleiben. 20 Uhr, erster Mittwoch im Monat. Zeit für What Up auf Köln Campus. Mein Name ist Fidine Sauvageau und was euch heute hier erwartet? Von seiner aktuellen Compilation Features hören wir Tony L. und Tornado. Was ich jetzt und hier und auch für meine Zukunft möchte, den Dingen auf den Grund gehen und gar nicht mehr aufhören. Immer besser werden in dem, was für mich persönlich nicht nur ein Job ist, sondern auch Überzeugung.